Alessandro? Okay, wir können... Ja, ich sehe dich. Geh mal näher an die Kamera. Ja, und erzähl mal was. Was? Erzähl mal was. Sprich mal. Alessandro? Sprich mal, erzähl mal was. Ja, einfach irgendwas. Ein italienisches Märchen oder... Ich weiß nicht. Oh, jetzt geht's aus. Klingel nochmal. Okay. Okay. Oh, jetzt klingelt das Telefon. Alessandro, das Telefon klingelt. Tschüss.